Willkommen heute zur nächsten Kanalvorstellung. Wir sind auf dem Kanal von MrAndroidLP zu Gast. Ja, der Kollege, der hat auch einen kompletten Neuanfang gestartet. Das weiß ich deshalb, weil ich seinen vorherigen Kanal auch schon abonniert habe. Der hieß, wenn ich mich richtig erinnern kann, 525 Varsity mit AA. Ich glaube, er hieß so. Wenn er anders heißt, schreibt mal in die Kommentare, wie der Kanal vorher hieß. Also, er hat 10 Abonnenten bei 62 Videoaufrufen. Das ist nicht schlecht für den Anfang wieder. Und er hat hier in der Beschreibung stehen, heyo Leute, willkommen auf meinem Let's Play Kanal. Auf diesem Kanal wird es alles geben. Und wirklich alles geben. Von Minecraft bis zu COD und so weiter. Also, viel Spaß. Laufende Projekte Minecraft. Tja, wer macht das heutzutage nicht? Mitglied seit dem 19. Januar diesen Jahres. Wie gesagt, ein kompletter Neuanfang. Deswegen hat er auch nur 5 Videos, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Schauen wir mal. Genau so ist es. Er hat 3 Minecraft-Videos. Ein Video mit seinem Intro und ein Call of Duty Modern Warfare 2 Test-Video. Des Weiteren hat er hier auch noch ein paar Leute verlinkt in seiner Subbox hier und da. Ich bin auch immer gespannt auf den Hintergrund. Ja, hier ist ein bisschen abgehackt Mr. Da kann man diesen Mr. N und dann so ein halbes D. Also, vielleicht bekommt er das ja irgendwie hin, dass man den Kanal-Hintergrund-Com-Let sieht bis nach unten. Der würde bestimmt nämlich ganz schön aussehen. Ich weiß nicht, ob er sich den selber gemacht hat oder ihn hat machen lassen. Aber das ist egal eigentlich. Also, ich achte da drauf jetzt nicht. Ja, seine Uploads 2 Stunden, 4 Tage, 1 Woche. Also, ziemlich regelmäßig, kann man sagen. Ja, wie gesagt, es ist noch ein relativ neuer Kanal. Ein Neuanfang. Wie gesagt, sein Kanal vorher 5.25 war es die, wenn er so hieß. Und ja, deswegen kann er jeden Abonnenten gebrauchen, jeden Videoaufruf, jeden Like, den er bekommt. Darüber würde er sich sehr freuen. Und wenn du jetzt meinst, ja, der Kanal ist cool, ich mag Minecraft, ich mag COD, wenn es kommt, dann schaut auf seinen Kanal vorbei, drückt hier oben auf Abonnieren und dann verpasst ihr kein Video mehr von ihm. Ja, das war es auch schon wieder. Wie gesagt, es ist halt ein Kanal mit wenig Videos, wo es noch nicht so viel gibt. Aber vielleicht kommt er ja noch in der Zukunft mehr dazu. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter verfolgen, wie auch jeden anderen Kanal, den ich vorstelle. Und ja, falls du jetzt denkst, hm, ich will, dass du meinen Kanal mal vorstellst. Ich will auch ein bisschen bekannter werden, ich möchte auch ein bisschen mehr Abonnenten kriegen. Schreibt mir in der PN und schon seid ihr auf der Liste mit dabei. Das war es von der heutigen Kanalvorstellung. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächsten Samstag mit der nächsten Kanalvorstellung wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Genießt ihn und dann kommt gut rein in die neue Woche. Bis dahin, euer ASPLP.